Yo Leute, was geht ab, mein Name ist Troxy und zwar zeige ich euch heute COD4 Punkbuster Update, also die aktuellste Version heute habt und damit ihr endlich wieder zocken könnt, editieren könnt, was auch immer. Yo, auf jeden Fall abonniert jetzt meinen Kanal, damit ihr auf jeden Fall nichts mehr verpasst, wie es jetzt mit Updates oder so ausschaut oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, ich werde COD4 immer unterstützen, auch in 10 bis 15, 20 Jahren auf jeden Fall noch. Yo, so, da fangen wir auf jeden Fall an, ihr geht in euren COD4 Ordner, unten in der Videobeschreibung findet ihr meinen Link dazu, den aktuellsten Patch, den habt ihr dann hier, den habt ihr dann hier rein bei COD4, entpackt den einfach, so, habt ihr den hier, Papierer das einfach alles hier raus, geht zurück, nochmal, Platz hier vornherein, Datei im Ziel ersetzen, da wird schon die neueste Version, mal gucken, ob es funktioniert, dann geht ihr einfach auf Install CMD, gebt einfach Leertaste, öffnet COD4, so, das machen wir jetzt gleich mal mit, dum 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 dum. Yo, jetzt seid ihr auf dem aktuellsten Patch. Ja, das war's eigentlich auch schon, wie gesagt, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat Und wenn ich euch helfen konnte, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne unten in der Videobeschreibung. Findet ihr auch meine COD4 CFG. Und alles weitere, mein Discord könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn ihr mal zocken wollt. Valoran, COD oder was auch immer. Oder einfach mal so ein bisschen chillen, ein Talk oder so. Also ich würde mich freuen und wir sehen uns dann. Peace out.